Es hat sich einer mitgenommen. Ganz willkommen zu uns zu GTA. Und der ist natürlich wieder grün hier. Aber, wie man sieht, irgendwas ist hier wieder verkehrt. Weil die Farbe scheiße ist hier. Guck dir das mal an. Ich bin wieder ein Hacker hier. Guck dir das mal an. Ich kann nicht zu spät sein. Genau, Spielaufnahme annehmen. Jawohl. Alles klar, jetzt gehen wir zu Justine. Genau. Genau. Jawohl. Ich bin direkt in meinem Haus. Jawohl. Ich bin jetzt beigetreten beim Justine. So. Wir machen jetzt hier online wieder alles. Ich zeig jetzt mal meine neue Karre. Wenn ich ein Binary hätte. Wenn ich ein Binary habe, muss ich reinstellen. Wenn ich ein Binary sage. Ich habe den Aufmerksamkeit. Wenn wir es aufmerksam. Ich bin jetzt die Autohäne. Ich bin lediglich. Ja, es ist mir. Du hast das. selber. Ich bin gerade auf meinem Karre wach. Ah da steht er schon. Da steht meine Karre. Ich habe meine Karre gefunden. Ahahahahaha. Ahahahahaha. Ja? Ok. Wir sind einfach hier. Entschuldigung, ich hatte dich gar nicht mehr gesehen. Natürlich bin ich nicht so schnell wie du. Doch, der ist relativ schnell. War ich das? Das wird keiner mag, ja. Dreieinhalb Millionen hat er gekostet, ey. Dreieinhalb Millionen, muss ich eigentlich nicht die, äh... ...ehh... 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 ...siehst du uns? Vorsicht, der dicke Brun bin ich! Hahahaha... Boah, das steht, das steht, das steht, das steht! Boah, ich wusste gerade bremst, ey! Den kriegst du gar nicht richtig gebremst, ey! Ja, ja klar! Oh, nee, okay... ...der letzte Zeit! ...ehh... Und wenn du siehst, fahr vor! Ok, da hinten. Ja, es ist nicht ganz so schnell, also musst du aufpassen. wir machen uns den Weg frei Entschuldigung, ich muss gerade mal hier durch, Dankeschön, Dankeschön Kam, sah und siegte Ich kann nicht bremsen so großartig Ich versuch das dann und da war der Keter Bin ich jetzt richtig? Ich kann glaube ich nicht in den Garagenparken Das geht glaube ich nicht Naja Oh scheiße, ich kann spalten Der Bus ist weg Der Bus ist weg genommen Ich muss mal gerade hier Ich muss mal gerade hier Um die Kurve, ich muss nicht mal gerade um die Kurve Oh scheiße, ich habe leider einen Bus So, jetzt fahren wir jetzt mal hier in die Garage Also aus dem Weg hier, ich fahre hier in den Dicken Ich kann mal Nein, ich pass da nicht rein Oh, dann soll ich mal versuchen Ich glaube aber nicht Ich glaube ich pass da eh nicht rein Mach mal gerade Ich versuch's mal Ich versuch's einfach mal Oho Mal gucken, ob ich in die Garage passe Ich glaube nicht Oder Justin der will Ne, dein Auto steht davor So Ja, meiner wahrscheinlich auch nicht Ist egal, komm Wir haben ja hier parkt Ich park einfach mal hier So Ich habe geparkt Ja gut Der klaut ja Der klaut ja Guck mal Das Auto Ich versuch's nicht gewesen Wie ich ihn kenne, den Mann Okay Jetzt fahren wir hier mal Ah, das hat ja auch gut geparkt Ja, ich hätte auch Ja, ich weiß nicht Ich weiß nicht Ach, der fliege Oh Ähm Hallo Frau Kannst du mal deine Beine zusammen tun? Ja, ich glaube Ich komme nicht in die Garage Ich komme da nicht rein Doch jetzt Jetzt komme ich rein Ja, das Auto stand im Weg Ja Aber es hat doch vorher durchgegangen So, Casino Oh, mal gucken Also Der Wagen ist total geil Der Lukas Justin da Joa Juhu 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 Und Juhu Jubel Juhu 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 und 40.000 dolla la 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 40.000 dolla la la las hat er gekriegt alle tun fertig los das auto zieht bitte nicht um die nein nicht mystery nein nicht mystery oh gott das auch bitte nicht du hast einen kleinen schluss gewonnen was sind hellgrünes langes hottie na gut hallo ey ja jungs ihr seid beschissen oh gott mit dem riesen teil warte ich komm da hin da bin ich echt gespannt da bin ich echt gespannt ob ich das ob ich das schaffe wo ist mein riesen karen karen ja doch ein anderes zeichen ja 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 wo bin ich denn jetzt vielleicht komm ich hier drüber komm ich nicht drüber warum komm ich hier drüber bist du scheuer wieso spornst du hier du blöde sau warte mal ich mach mal gerade was tschüss 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 Ja, geil, geil. Okay, da wollen wir mal fahren, komm. Wo ist denn eigentlich mein, mein, ähm, mein Radio? Wo ist das, was ich gemacht habe? Ich habe da Musik reingetan, welches ist es denn? Oh, Self-Radio? Ach, klar, Self-Radio, ich habe es jetzt gesehen. Ja, ruf mich. Das ist ein Self-Radio. Ja, Trash-Gangslust-Musik, geil. Geil, Trash-Gangslust-Musik. Das ist ein Musik, wenn er zählt. Ach, komm. Oh, shit. Ahuga, Haga, ahuga. Es passt ja, es liegt gepasst der Riff dazu. Oh, was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Oh, was war das denn? Oh, was war das denn? Oh, die Schnauze blüht, so. Immer kommt die Schnauze. Falsche Seite, ne? Ja, ich muss jetzt mal gucken, dass ich drehe hier. Ich kann ja nicht, ich hier drehe. Warte, ich muss jetzt mal gerade drehen. Ich muss jetzt gerade drehen. Was war das denn? Die geilste ist nämlich, ich habe ja jetzt die vollen Trashgang gebeten. Äh, ich sehe das denn. War ich jetzt in die richtige Richtung überhaupt? Alles klar. Ja. Ja, ich habe Third Person. Ich sehe das nicht so. Hahaha. Alles klar, ich kann es. Jawoll. Lukas, der Feuer. Ich glaube, der ist ein bisschen, äh, muss man da noch mal Handler drauf kaufen, glaube ich. Hä, was ist denn los hier? Das ist mir egal. Das ist mir egal. Lass uns fahr weiter. Das ist hier, ich sehe dich. Ich sehe dich. Nichts. Also wenn wir ein neues Song hören will, das muss ich nichtacy criterisch übernehmen. Das hat David Play gnaden. OderEEP Handler gewonnen. Thresh ging Hartss und ich... 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 Ich hab jetzt noch alles perfekt, ich seh jetzt noch gerade die Straße und der Linkstraße. Geil, ihr könnt den Chassis an mir vorbei. Ja krass wie der fliegt ey. Wuhuuu, geil. Die gutieren dann mit der Grund ey. Haha, die Musik passt richtig dazu. Die Krabbrotten haben einen Femm-B. Ja, die Krabbrotten haben einen Femm-B. Ich bin nicht so ein saueres Investor. Ich war zu öffnen eine Reihe von Zienn, nur das ist los, das ist wieder zuhört. Aber gehts auf www.foreclosures.mazebank.com und kaufen... Ja, das wäre schon gonna... Das ist ein Schuss. Hahaha! Da schoott er grad den anderen. Okay. Also was sie im Hintergrund hört ist meine Band, neues, neues. Neues, Album! Das ist klar, ne. Komm schon rum, Mann. Boah! 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 Hey, hey, hey! Ho! Ho! Boah! Boah, ich komm nicht. Boah, ich komm nicht durch. Boah, ich komm nicht durch. Das ist ne Lampel, die, äh, die nicht. Die hat mich durch. Gucken, ob ich jetzt in die Story, aber... Oh! Ich habe, äh, ja. So nach dem Arsch. Ja! Hahaha, ich finde das Prudeln hier. Ja, jetzt könnte ich mal eine schöne, äh, Bahn machen. Wo ist denn hin? Die runter oder was? Also Aber dann machen wir das mal hier, nicht mal First First Und nicht los, boah jetzt Der ist von oben hier hochgekommen, ach du Scheiter Ich hab noch kein Problem, noch nicht Noch nicht, aber du bist vor mir hier Vor Anlauf Oh scheiße, ich hab schon gelacht, ich wollte eigentlich einfach lachen Sorry, wenn ich so viel schlache, aber das ist halt kein Humor Boah, Chilliard, Mount Chilliard Also, du verleichtest nicht hochkomme, ja dann Aber bis jetzt geht es noch Noch Ich seh das schon Ich seh das schon Boah Wow Wow Der Schlagzeuger hat grad geschmieden Hat ne neue Waffe Schlagzeugmätlich Ja, wo seid ihr denn jetzt? Ich explodiert Der kommt bei mir rein Hahahaha Jaja, genau Und er muss uns zerstören Und dann, äh, und mal Ja, da komm rein, da fahren wir nochmal runter, oder was? Und dann fahren wir mit dem Lukas runter Und dann holen das Auto und ich schwache hier Und dann schwache immer hier Ich mach mal grad ne Pause Also, wie ihr seht, Justin und Lukas ist immer noch nicht da Und ich schwache schon die ganze Zeit drauf Wir stehen hier auf dem Mount Chilliard Wenn ich die Ecke, bevor sie nicht kriege, dann kannst du's eh vergessen Also, wenn ich jede Ecke nicht kriege, dann kannst du's eh vergessen Ich glaube, ich komm hier gar nicht hoch mit dem Ding Das müssen wir hier Also, ich komm hier nicht hoch, also Ihr könnt ja hoch fahren, aber ich komm nicht hoch Nein Okay, das machen wir Okay, das machen wir Dann ist er runter wieder Dann ist er halt wieder runter, ich glaube Ich hab nicht grad gut gedacht Ah, 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 ah Uh, ich mach gar nicht, Dengu, ich mach gar nicht Hahahaha Oh, der war der Baum, der war der Baum So, und sie können voll schriftlich auf Mount Chilliard runter Ich schreib nicht Doch, ne Schmeck Nö, Knopf Nö, Knopf Nö, Knopf Nö, Knopf Nö, Knopf Ja, ich komm da nicht hoch. Noch mal hoch, Mann. Ok, ich sag mal so, ich fang auf. Ich wende gerade mal. Ne, ich will da nicht hoch. Ich hab mir Bock auf das Ding. Ok, fang auf. Ich hoffe gerade, er hat nicht getauscht. Ja, ich fang auf. Ich hoffe gerade, er hat nicht getauscht. Ja, ich fang auf. Lass den. Ich komm zu dir hin. Sag keinen Sinn, ich häng fest. Aber ich wummel in einiges Auto. Ja, was mach ich denn jetzt mit dem Ding hier? Ein zweites Auto krieg ich nicht, ne? Ein zweites Auto krieg ich nicht, ne? Ja, ich fang auf dem einen anderen Modell. Nein, ich fang auf, ich fang auf. Okay. Moment, ich meine intenst. Und jetzt ist die подумarte... Ja, ich fang auf, ich fang auf. Ja, wir sind nie zu. Wenn ich nicht. Wir wollen weiter fahren. Ich gebe mich auf, diese bliege, ich gebe mich auf. UNDERLUDE! TO THE DEAD HAND! UNDER EXTRAISEN! WIEES MINE BEAT! SHE TREATED? NOT TOO LATE! Wieso denn dat?! Das kann doch nicht sein was der hier macht, der hilft mit mir! Wieso bin ich jetzt gestorben? Er kann mir nichts bringen. Was? Boah, halt die Schnauze! Nicht ihr, sondern der Typ hier. Ah, ich kann es jetzt nicht bringen, Boss. Ich glaube, dass wir das machen können. Morse Mutual, wir sind hier, um zu helfen. Ich glaube, dass wir das machen können. So, jetzt muss er es mir aber bringen. Jetzt muss er mir was bringen. Der muss mir jetzt was bringen. Das geht nur, wenn du auf einer Straße bist. Okay, gleich kommt mein Auto. Was? Natürlich, achso, da. Papa Mal? Was heißt denn, 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 Papa Mal? Ja, hier bin ich. Ja komm, ich fahr dir hinterher. Entschuldigung, was ist denn da? Hab ich mich weggezogen oder was? Was? Wie ging das denn? Ach ja, ne? Warte, Schatzi! Ich bin dein Mann. Ich bin mein Friedhof. Rest in Peace Don't ask how I got this number We met a while ago, I think Or we should have done There's a new property on May's Bank foreclosures I'm pretty sure you're going to find interesting 87% sure according to our current algorithms It's an underground bunker Manufacturing facility And money making opportunity Take a look on the site Out of range Reachable Out of range Treat you to die back Reachable Out of range Treat you to die back Die back Forever and ever Get away this OK Little At – Yes In fans Voir Get away this How Komm mal hier rüber, wo ich stehe. Der Lukas, da steht nämlich ein Manneken in der Ecke. Bei dir müsste jetzt was stehen, aber der will ja nicht gucken. Hier hinten in der Ecke, da kommt, siehst du was? Hier hinten in der Ecke, hier. Hier müsste was stehen, Lukas. Hier hinten in der Ecke, da wo ich jetzt bin, da müsste was sein. Und, nochmal. Ja, da ist der auf dem Shirt, ey. Oh. Ich habe es lange nicht mehr gemacht, dass sie hoch waren. Ich kann nicht mal die falsche fliegen. Nein. Ich habe lange nicht mal die falsche geflogen hier. Wow. Wow. Da müsste auch da piepen, irgendwo an der Seite. Da ist so ein, ähm, so ein... Willst du was piepen, Justin? Da hast du das schon mal gekillt, dieses Störsender. Der müsste an der Seite sein. Weißt du, dass das so stark aussieht, wenn man hier bestimmt sieht? Sieht sehr geil aus, finde ich. Ich gucke mal, wo wir hinkommen. Natürlich, die Berge, ich muss dir mal besser hier rum. Wir werden hier in die Stadt rein. Kein, sonst geil. Schön fliegen, fliegen, ja? Das müsste, ähm, links oder rechts an der Seite oben sein. An der Seite. Hier, hier mal. Hier ist das Ding, ne? Hier ist das Ding, hier oben rechts irgendwo. Oder hier, hier. An der Seite. Ich muss da oben gucken. Das stört ein bisschen. Die Bahn schien hier, okay. Näher. Da müssen wir einfach mal so mit dem Boot mal fahren. Load auf dem Boot. Jetzt ist alles Butter auf dem Kutter. Was machst du? Hast du es gefunden? Alles klar. Oh, schön. Ich bin immer noch auf dem Fallschirm fliegen. Die machen da irgendwie Fliegenaktionen. Ja, äh, wir haben weitesten geflogen. Gleich sind wir unten. Fand ich cool. Das ist echt gut. Echt passend. Sieht man, wie die, wie die Autos spawnen hier. Gleich sind wir unten. Ich muss sagen, was es hier auf dem, auf dem Feldteil, äh, landen. Jetzt sind wir die Autos. Alles im Loot. Auf dem Boot. Oh, yeah. Jawoll. Jawoll. Uh, ha. Das war echt cool. Also das Segeln war echt cool. Das hat Spaß gemacht. Okay, da wollen wir mal ein Auto holen. Boah, was ist das? Hat? Deshalb. Hm. 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 Rutsche den Schaden. Klappt ja wunderbar ey. Waaaii I'll bring it by Yeeey, das war wie Jedes Mal, ne? Jedes Mal, oder? Na, 2 zu 0, wisst ihr? Der macht ja jedes Mal Hehe Ach, schön, ey So, jetzt ist mein Auto aber nicht da, ne? Alles im Blut, auf dem Boot Alles im Blut, auf dem Blut Alles im Blut Ja, das ist nicht Hahahaha 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 Wir vorbeigeflogen Das sah man richtig, ey, geil Das ist Justin Light, ja Man muss nur nicht bei denken, das ist Justin halt, ne? Der kann nicht, der Mann Der kann nicht, der Mann Du Angebohne, hat er von mir Was ist er? Ja Was ist das? Ja! Okay, ich hab mein Auto wieder. Wo ist der Lukas denn? Ah, sieht ja gut aus, der Wagen. Na, schau, look ihm aus! Wo ist der Justin denn? Ah, der lässt den Wagen reparieren. Na komm, da fahren wir mal hin. Wohin? Ach so, ja. Ja, da wollen wir was Neues auf so ein Lukaschen. Das war jetzt nicht mit Absicht eigentlich. Die wussten gar nicht, dass der Auto so nah steht. Oh, shit! Ja, von der Christ! Ja, ja! Hahahaha! 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 Schöne... ...oder schlacken. Wir sind wieder! Da wird der Jastit auch. Ja, Marsch liegt mal nicht mehr. Ist auch ok. Ich hab den Bullen nach vorne. Ich hab den Bullen nach vorne. Nichts, ich habe noch eine Möglichkeit. Das ist ein Lieferung. Hahaha. Ja, du hast mich umgefahren! Ja, ha 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 ha. Ach, ihr Volker. Die Welt versinkt, so grausam schön hat man uns los, das Meer, das uns verschlebt. Ein letzter Gruß, ein letzter Punkt, von dieser Reise gibt es kein Zubau. Der Weg wird das Zubau, das Nachteil des Zubau. Direkt die Zubau zu sehen, bei dem die Zubau ist es nicht so, dass ein Zubau ist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020